Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft MbH mit Sitz in Berlin und Zeitniederlassung in Hamburg ist eine Medienbeteiligungsgesellschaft der SPD. Sie ist die Beteiligungsgesellschaft des SPD-Unternehmensbesitzes und zu 100% im Eigentum der SPD. Die DDVG kommt als Verlagsgruppe mit den ihr zuzurechnenden Tageszeitungen auf eine anteilige Gesamtauflage von rund 435.000 Exemplaren und einen Marktanteil am bundesdeutschen Tageszeitungsmarkt in Höhe von 1,9%. Sie nimmt damit Rangelfe der führenden Verlagsgruppen im deutschen Zeitungsmarkt nach Gesamtauflagen ein. Geschichte Die Wurzeln für die Medienbeteiligungen der SPD liegen in der Zeit des Kaiserreichs. Da die SPD einerseits kaum Zugang zu den in dieser Zeit erscheinenden Zeitungen fand, diese waren meist liberal oder national-konservativ geprägt und grenzten sich klar von der Arbeiterbewegung ab. Andererseits aber auch eine eigenständige Arbeiterkultur eigene Medien erforderte, gründeten die SPD bzw. ihr nahestehende Funktionäre zahlreiche Zeitungen. Bekannteste Zeitung ist der in Berlin Erscheinende vorwärts, daneben standen aber viele andere lokale Zeitungen. Die Zeitungsgründungen fanden auch in der Weimarer Republik weiter statt, in der Spitze gab es rund 200 sozialdemokratische Verlage. Nachdem im Dritten Reich das Parteivermögen der SPD und damit auch ihre Zeitungsverlage beschlagnahmt worden war, entstand nach 1945 Dekasekunden sozialdemokratische Verlagswesen neu. Teilweise wurden Verlage an die SPD zurückgegeben, teilweise neu gegründet, in anderen Fällen floss eine finanzielle Entschädigung. Während des Zeitungssterbens der 1960er und 1970er Jahre mussten viele der sozialdemokratischen Zeitungen ihr Erscheinen einstellen. In vielen Fällen ging sie in Fusionen mit anderen, nicht sozialdemokratischen Lokalzeitungen ein. Daraus entstanden zahlreiche Minderheitsbeteiligungen an Verlagshäusern, die ab 1971 in der DDVG gebündelt wurden. Im Mai 2004 übernahm die DDVG 90% am Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main, dem Verlag der Frankfurter Rundschau. Die Übernahme fand starke öffentliche Aufmerksamkeit, da damit eine der großen überregionalen Tageszeitungen in das Eigentum der SPD überging. Vor allem konkurrierende Parteien übten Kritik. Am 17. Juli 2006 verkaufte die DDVG 50% und eine Aktie des Druck- und Verlagshauses Frankfurt am Main an M. Dümont Schaubert. Die DDVG kündigte gleichzeitig an, die bei ihr verbleibenden 40% der Anteile langfristig halten zu wollen. Nach Insolvenz im Jahr 2013 wird die Rundschau unter dem Dach der Frankfurter Sozietät, des FAZ-Verlags und der KLG-Rollstiftung weiter aufgelegt. Heutige Rolle der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft. Die DDVG kommt als Verlagsgruppe mit den ihr zuzurechnenden Tageszeitungen auf eine anteilige Gesamtauflage von rund 435.000 Exemplaren und einen Marktanteil am bundesdeutschen Tageszeitungsmarkt in Höhe von 1,9%. Sie hält mit einer Ausnahme ausschließlich Minderheitsanteile an über 40 Zeitungen mit einer Gesamtauflage von ca. 2,2 Millionen verkauften Exemplaren bei einer Gesamtauflage aller Zeitungen in Deutschland von 21,1 Millionen im Jahr 2006. Lediglich am Verlag der Neue Westfälische in Bielefeld hält die DDVG eine Mehrheit der Kapitalanteile bis Ende 2015 mit indirekt 57,5% und seitdem 1. Januar 2016 mit 100%. Der Jahresüberschuss der DDVG belief sich 2008 auf 15,5 Millionen Euro und 2007 auf 17,2 Millionen Euro, von denen 11,4 Millionen an die SPD als Gesellschafterin ausgeschüttet wurden. Die DDVG sieht sich als sozialdemokratisches Unternehmen. Unternehmensphilosophie ist es nach eigenen Angaben, durch Gewinnausschüttungen zur finanziellen Unabhängigkeit der SPD und durch das Engagement im Segment der regionalen Tageszeitungen zum Erhalt einer lebendigen mittelständischen Presselandschaft beizutragen. Laut eigenen Angaben vermeidet die DDVG beherrschenden Einfluss und hält in der Regel Minderheitsbeteiligungen. Die DDVG betont, dass sie sich der inneren Pressefreiheit verpflichtet fühle. Wirtschaftliche Entwicklung In den vergangenen Jahren zeigte sich eine zunehmende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft. Bei der nachfolgenden Tabelle muss beachtet werden, dass bei den Medienbeteiligungen lediglich voll konsolidierte Tochtergesellschaften einbezogen werden. Die assoziierten Unternehmen erwirtschafteten 2010 einen Umsatz in Höhe von 971,2 Millionen Euro und einen Gewinn in Höhe von 42,8 Millionen Euro. Alle Angaben in 1000 Euro. Kritik Die SPD ist die einzige politische Partei in Deutschland, die große Medienbeteiligungen unterhält. Diese standen bereits häufiger in der öffentlichen Kritik. Von Seiten der CDU, CSU wird der SPD vorgeworfen, die Beteiligungen verheimlicht und sich damit einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschafft zu haben, sowie durch die Medienbeteiligungen die Berichterstattung über sich selbst beeinflussen zu können. So forderten Parteipolitiker von CDU und FDP im Zuge der Übernahme der Frankfurter Rundschau durch die DDVG, dass die Besitzverhältnisse einer Zeitung im Impressum ausgewiesen werden sollten, sowie dass Mehrheitsbeteiligungen von Parteien an Medienunternehmen gesetzlich untersagt werden sollten. Im August 2007 wurde ein Briefwechsel aus dem August 2005 zwischen der damaligen SPD-Schatzmeisterin und Generaltreuhänderin der DDVG, Inger Wettig Daniel Mayer, und dem damaligen Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Wolfgang Storz, bekannt. In diesem hatte sich Wettig Daniel Mayer über die Berichterstattung der Frau zur Linkspartei beschwert und den Abdruck eines Beitrags von Helga Grebing, Mitglied der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand, zum Thema empfohlen. Storz lehnte dies mit Verweis auf die redaktionelle Unabhängigkeit ab, Wettig Daniel Mayer antwortete. Storzweigerung beruhe möglicherweise auch auf einem Missverständnis über die redaktionelle Unabhängigkeit und Führung einer Redaktion. Im Mai 2006 wurde Storz gekündigt. Er selbst sieht den wesentlichen Grund im Konflikt mit Wettig Daniel Mayer. Wettig Daniel Mayer dagegen betonte, die Kündigung beruhe auf unterschiedlichen Sichtweisen über die wirtschaftliche Lage der Frau. Im Dezember 2013 berichtete der Spiegel, die DDVG unterlaufe bei Zeitungs- und Briefzustellfirmen, an denen sie indirekt beteiligt sei. Den von der Großen Koalition aus SPD und CDU-CSU vereinbarten Mindestlohn, da die Zusteller nicht nach Zeit, sondern nach Anzahl zugestellter Sendungen entlohnt werden. Beteiligungen Die DDVG ist derzeit an folgenden Verlagshäusern beteiligt. 100% Oliver Druck und Verlagsgesellschaft 32,5% Cuxhaven Niederelbe Verlagsgesellschaft 100% Berliner Vorwärts Verlagsgesellschaft 100% Network Media 100% Vorwärtsbuch Verlagsgesellschaft 100% Presse Druck 100% Zeitungsverlag Neue Westfälische Bielefeld Rund 51% Tivola Publishing 65,67% Öko-Test Holding 100% An der Öko-Test Verlag GmbH 47,5% Bayreuth Druck Plus Media 62,5% Nordbayerischen Kurier Zeitungsverlag 40%, Dresdner Druck und Verlagshaus 35%, Franken Post Verlag, Hof 30%, Sulla Verlagsgesellschaft 30%, Druck und Verlagsanstalt Neue Presse rund 23,1%, Verlagsgesellschaft Matzak 100%, an den privaten Radiosendern FFN, HIT Radio Antenne und Radio 1% Beteiligt rund 9%, Rheinland-Pfälzische Rundfunk, Druckereindräger Plus Wollenwefer Print Plus Media Lübeck, Braunschweig Druck 100%, Limbach Limbach Druck Plus Verlag Braunschweig, Hildesheimer Druck und Verlagsgesellschaft, Wollenwefer Print Plus Media Lübeck, Bereich Handel Service Hamburger Presse Papier Vertriebsgesellschaft, Image Ident Marketing Gesellschaft, Vorwärts, Buchhandel, Behandlung Plus Antiquariat, Office Consult, Tourismus FFR Ferien, Freizeit und Reiseservice GmbH Behandlung Plus Antiquariat, Office of the Pfeil 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 of the